Herzlich Willkommen zurück zu Trina 5. Komisch, normalerweise rennen Sie nicht davon. Üble Arbeitsmoral? Also da kommen wir nur dran, wenn ich auf die Drauf springen kann. Erstmal gespeichert. Oh, also war ja nichts. Nein! Du musst erstmal warten, bis du da bist. Bereit? Nee. Warte beim nächsten. Rechts kann sich auch festhalten. Ich weiß nur nicht warum. Allerdings kommst du gar nicht rum, oder? Ach so, scheiße, weil ich schießen muss hier, oder? Oh fuck. Ich seh da nichts, keine Ahnung. Ja, aber so, ich weiß nicht, ob du dann... Ja, nach rechts kannst du noch nach oben springen. Oh, aber da war ein Ding nur, das war nur für das... Ach, ich muss das ja gar nicht festhalten, das geht ja eh mal zum nächsten. Oh, haha. Ach so, ich kann hier... Oh, das habe ich nicht gesehen. Äh... Jetzt musstest du hochkommen, da kannst du das dann so durchgehen. Warte mal, da muss ich das aber so machen. Äh, so. Schnell. Oh, ich komme nicht hoch. Ich bin noch ein alter Zauberer. Ja, und ich komme da jetzt nicht durch. Ich muss fallen lassen, nur noch links. Ach so. Ja, da geht das immer runter. Ähm... Ja, das war's. Oh. Äh... Und jetzt? Äh... Wo ist die Platte, die da die ganze Zeit ist? Ja, die Platte ist runtergefallen. Wo ist sie runtergefallen? Weiß ich noch nicht. Ich war da nicht dran. Ach, weil du die berührt hast. Okay. Ich hab sie nicht berührt. Doch. Hast du gerade. Aber ich kann eh nicht... Ich kann nur... Kannst du die tiefer machen? Ja. Ein bisschen... Oh. Ach so, ich dachte, das Ding geht weg, wenn du dann nicht mehr kommen bist. Oh. Hier, du musst das lieber kaputt machen. Ach so, die gehen gar nicht kaputt. Okay. Ich dachte, die gehen dann automatisch kaputt. Oh, ich seh dich nicht mehr. Ich seh dich nicht mehr. Ja, geh bloß nicht da drauf. Äh, pass auf, unten sind welche. Ach, da kannst du was dran machen. Die Frage ist nur... Was machen wir da am besten dran? Die Platte ist die... Da muss was dran machen, dass ich das hinten abschießen kann, diese Kugel. Ja, warte, 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 warte. Reicht das so? Es kommt überall durch, oder? Nee, muss weiter. Stopp, stopp, stopp. Nee, 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 nee. Jetzt kommen wir nicht mehr durch. Nee, ich befürchte eher, dass ich da mit meinem rum muss. Warte. Äh... Nein! Aber was bringt mir das, weil ich jetzt hier hänge? Warte mal, ich weiß, was es bringt. Oh, ich komm nicht da oben. Nein, stopp, stopp, stopp. Nein, da oben links ist was zum Festhalten. So, das kann ich so blockieren hier. Dass da nicht abgeschossen wird. Ja, aber das bringt mir nichts. Ja doch, du kannst runtergehen jetzt mal mit dem. Wenn er runtergeht. Kann er sich ducken? Weil sonst rutscht der da ja weg. Und ich kann mich rechts ja auch nirgendwo festhalten. Warte mal, wir können... Kannst du die lila eine Kugel da oben, kannst du die irgendwie bewegen? Hier? Nö. Die ist aber... Die ist aber... Warte mal. Die ist aber zum Anschießen, oder? Die ist aber zum Anschießen, oder? Frage ist nur... Wenn ich jetzt unten sch... Ah, warte! Nee, aber dann falle ich doch da runter. Huch, wo steht... Ach, kannst du hier noch was dran machen? Da unten? Nee. Nee, nee, das ist nur ein Zinderes gedacht, ja. Also ich kann mich nicht ducken, das ist schon mal schlecht. Ähm... Warum ist denn da hinten das Ding direkt über mir? Ja, oder musst du hier mit rüber... Warte, musst du hier mit rüber springen und dann da oben dich festhalten? Aber was bringt uns das? Dann kommst du nicht da rüber, ne? Dann kommst du nicht da rüber, ne? Kann ich zumindest nicht mehr schießen, oder? Warte mal, probier ich mal hin. Nee, ich komme noch nicht hin. Schnell, 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 schnell. Nein, oh. Aber das geht nur, wenn du vorher schon da bist. Pass auf. Ja, weil das... Ich kann mich nur... Ich dachte, dass das Gewicht geht irgendwo nicht. Warte mal, hättest du da unten vielleicht... Dings ranmachen können, Seil ranmachen können an dem Ding. Das zieht wahrscheinlich kaputt, oder? Oh, das war knapp. Was war das? Ja doch, das hätte fast das Ding unten getroffen. Warte mal, ich kann ja auch... Aber das bringt ja nichts, ne? Nee, das wird da aufgefressen mit da oben. Och, ist das wieder so ein geiles Level. Wenn du nach oben schießt, kannst du auch nicht, ne? Da wird auch nichts reflektiert. Nein, ich meine, wenn du zu mir schießt und dann nach oben. Da geht nichts... Da wird nichts... Nee, tiefer muss ich machen. Jetzt triffst du mich nicht. Nee, da geht nichts zurück, ne? Ich dachte, vielleicht ist oben irgendwas, was wir nicht sehen können oder sowas, ne? Mann, da war gerade so... Mann, ey. Also hier, das bringt auch nichts. Ja, aber du kannst jetzt... Kannst du von da aus... Das kannst du mal probieren... Na, jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du mal probieren, ob du von da aus drauf schießen kannst. Da hinten wird das auch absorbiert in dem einen Ding. Ja, was meinst du denn mit Absorben? Ach, warte mal! Aber wenn du runter gehst, kannst du dir da nicht ein Schwert reinmachen in die Wand da hinten und dann da rüber gehen? Da könntest du nämlich da das ablegen von mit deinem Schild dann hinterher. Aber dafür musst du einmal rüberkommen. Warte, ich hatte eine andere Idee. Ja, ja, stimmt. Das ist die Frage. Weil mit dem rüberkommen, das ist das Problem. Warte, 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 wie kann ich denn jetzt den auswählen nochmal? Och, Mann, ey! Weil wenn dein Seil nicht so lange reicht, dass das bis hinten geht, dass ich da quasi draufstehen kann für einen kurzen Moment. Warte mal, wie kann ich den anderen, andere Sachen wählen? E, ja, keine Ahnung. Äh, Q, nein, F, geht auch nicht. Schreibt da irgendwas jetzt hier? Supergeil. Wie der schreibt was? Äh, wieso ist das alles weg? Ja, das ist weg. Ja, weil ich... und wieso ist das jetzt weg? Man kann doch zwei machen. Achso, kann ich das hier vielleicht umwandeln in was anderes? Wie geht das? Ähm, also bei mir nochmal X drücken, ich weiß jetzt nicht. Kann ich das denn wegmachen? Oh, er schreibt wieder was. Mann, was ist das? Warum schreibt er denn immer? Keine Ahnung, ey. Mann, ich will nicht in den Chat, ey. Mann, ey. So. Und wie krieg ich das wieder hin? Nein, ich will ein anderes haben. Sag doch, dass das mit der Maus geht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man das mit Tastatur spielt, oder soll ich das wissen? So. Jetzt kannst du mit dem Ding da rüberfahren und machst dir da oben drüber, machst du den mit dem Schwert einen Halterung hin. Über diese Platte, die ich da dran halte. Äh, jetzt runter. Ach, jetzt ist das. Willst du mich denn hier? Jetzt bin ich auf diesen blöden Ding drauf. Ja, da kannst du nicht stehen bleiben, weil er wird ja nicht jetzt abwegschieben. Dann bist du... Hä? Was war das? Ja, das war gut. Oh nein. Oh. Hä? Jetzt komm hier nicht mehr runter. Äh, das konnte ich nicht mehr halten. Warum auch immer. Wieso ist das losgegangen? Keine Ahnung, wegen dem... Warte mal. Ah, ah! Was hast du jetzt gemacht? Nein, nein. Mach mal da ein Ding hin. Jetzt. Da drauf. Okay, warte mal. Ja, mach das runter, mach das runter. So, warte mal. Oh, jetzt hab ich's weggebrochen. Das ist offen jetzt, dass du da was machen kannst. Nein, du solltest unten auf dem... Ach, das geht nicht. Ja, aber das ist zumindest offen, dass du da was machen kannst. Wie? Was machen? Was soll ich machen? Warte mal. Warte, falls ich da runter... Wieso läuft das jetzt eigentlich andersrum? Äh, wie? Nein, da will ich nicht hin. Also, ich meine schon, aber... Ach so, wieso ist das jetzt da oben offen? Ach, das ändert nur die Bandrichtung. Hm. Dann muss das irgendwie anders gehen. Eieieiei. Ne, du musst ja unten drauf schießen, nicht oben. Ja, aber du musst den Winkel einfach... Ich kann das nur nach ganz oben, oder? Ja? Hä, wieso ist das jetzt wieder zu? Oh, das war doch grad noch offen. Jetzt ist es wieder offen, hä? Ja, ja, ich hab das... Also, reicht das, wenn ich da nur einmal drauf haue, oder was? Ja, ja. Ja, dann komm doch einfach nur rüber. Ja, aber was... und dann? Ja, dann laufen wir weiter. Ja, ich komm ja nicht da hin. Genau so, wie ich das gemacht hab. Warte, bis das Ding da ist. Warte, warte. Du musst halt nur über die Dinger drüber springen, das ist scheiße. Ne, nimm den Magier. Nimm, äh... Nein, oh... Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass der bei dir jetzt dieses Ding wegnimmt. Wieso hat der das Teil da jetzt weggenommen? Ja, weil du den Magier rausgewählt hast. Ja, was ja logisch ist. Aber wieso hat der das weggenommen? Das war die Frage. Schnell drauf, drauf, drauf. Und dann? Dranhängen. Dranhängen. Und jetzt? Äh... Genau. Wo? Ich komm hier nicht runter. Achso. Kannst du schon mal fallen lassen, dann bleibst du eh auf dem Ding stehen. Das ist nicht fallen lassen. Ja doch, das war fallen lassen. Ja, weil du weggelaufen bist. Du musst einfach nur fallen lassen. Und mich nicht bewegen. Achso, wie sitzt der jetzt oben? Kannst du die Kugel andersrum? Nee, was? Nicht springen. Oh. Oh. So ist das Ding jetzt schon wieder weg. Was ist das für ein Mist? Weil du springen? Achso. Nein, das geht nicht. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wie gesagt. Ähm... Gehst du einen Ticken nach links? Oh. Und springen? Nein. Ich hab gedrückt. Ey, was hab ich jetzt gemacht? Oh, nee. Du hättest auch schießen können oben, dann bist du einem Ding normalerweise dran. Ja. Nein. Das ist das einzige, was du ihn schießt. Schießt. Oh. Ach du Scheiße, ey. Oh. Meine Fresse, ey. Boah, du bist so doof, ey. Ich wollte noch sagen, guck mal. Und dann hab ich mich so auf den Würfel fixiert, dass ich weitergelaufen bin. Warte mal. So. Ne, du solltest da eigentlich hin. Der fährt mich jetzt rum. Und der auch. Nein, der fährt. Ich fahr dich rum, falls du es noch nicht bemerkt hast. Nochmal rum. Weiter. Du musst schon stehen bleiben. Ja, ich wollte ja, dass du mich weiterfährst. Ja. Jetzt kann ich wieder nicht, weil du wieder da drauf stehst. Ja doch, du musst. Oh, jetzt geht er runter. Oh. Ich hab was runtergeworfen. So, warte. Ja, geh doch direkt in die andere Richtung. Kein Thema. Ich hab's trotz deiner gefährlichen Schüsse, die mich wieder runterbringen sollten, geschafft. Nein, ich wollte das ja schwer. Nochmal, nochmal, nochmal. Ich hab's danach... Oh. Ich hab's dann hier. Hey, der geht's doch! Ich holte mir eins das Ding vor die Schnauze werfen. Aber egal. Moment. Das kann man hoch machen. Da kann's vielleicht... Warte mal, da könnten wir theoretisch... Lass mal los das Ding, was doch passiert ist. Nix. Ja, ist das jetzt unten ein bisschen aufgegangen? Warte mal. Treffen wir mal oben. Ach so. Ja, wir brauchen noch einen. Warte mal, nee. Nee. Ja, aber dann ist... Doch, doch. Ähm. Wie, doch, doch. Versuch da mal unten ranzutreffen, nicht hinzuwerfen. Ja, ich wollte die verbinden. Ja, ich wollte die verbinden, aber das ging nicht. Du sollst sie nicht verbinden, du sollst schießen. Ja, aber... Warte mal. Ach so, du kannst es auch. Ja, dann kannst du ja... selber gucken. Ja, aber da musst du höher, höher, höher. Ja, aber da geht's wieder runter. Du musst... Weiter, 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 weiter... Das andere... Er hat doch gerade getroffen. Nein. Hier ein bisschen tief. Ach so, das da oben ist. Ach so. Ähm... Nee, das trifft er so nicht. Kannst du den Würfel mal etwas höher machen? Mach den Würfel mal etwas höher. Ja. Welche jetzt meinen? Ja, ja, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Und auch, dass es eben offen bleibt, so. Nee, das geht nicht. Scheiße. Nee, ich bin am überlegen gewesen, ob wir... Aber das Problem ist, ich kann das halt nicht festhalten. Nee, aber auch wenn ich da ein Messer dran mache, bleibt das da nicht drauf hängen, oder? Das könnten wir mal ausprobieren. Wie kannst du das... Äh, nee, warte mal, andersrum. Kannst du da erstmal drauf sch... Ja, oder so. Ich komme aber nicht bis dahinten hin. Ja, den kriegst du nicht tiefer, ne, das Messer. Oh. Oh, wer war das denn jetzt gerade los? Ja, ich dachte, ich krieg... Komisch, ich komme mit dem Ding dahin, aber... Ja, aber du kannst es nicht einstellen, ne, dass du hoch oder runter irgendwie... Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, so ähnlich habe ich das eben gedacht. Ja, was machst du da oben eigentlich, was hast du da irgendwie... Ich schalte das Ding hier hoch, das hier. Kannst du mal mit dem schweren hier drauf gehen und da ein Messer an die Wand machen, in die Mitte? Ne, ne, da oben eigentlich nicht. Ja, da war es jetzt perfekt. Da war es scheiße. Weil ich das ja ausprobieren wollte, ob das da drauf hält. Und es hält auch perfekt. Mach mal hier oben noch ein... Hast du noch ein Teil? Mach mal noch ein... Ne, du musst das unten los machen. Aber wenn du... Wenn ich da rüber gehen kann, das könnte ich nämlich... Oder ich mach's so. Deswegen sollst du loslassen. Okay, so geht's nicht. Nein, 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 nein. Ich wollte ja... Du verstehst nicht. Ich wollte da rüber... Doch, du kannst doch jetzt ganz nochmal machen, wenn das oben weg ist. Darum geht es mir doch. Jetzt müssen wir nur nach oben. Das würde doch eigentlich reichen. Ja toll, jetzt hast du das Messer weg gemacht. Ja, weil ich gedacht habe, ich könnte das hier rein machen. Aber das geht anscheinend doch nicht. Kannst du das mal... Ah ne, kannst du nicht mehr verbinden nochmal eben? Wieso? Ja, warte. Dann mach ich das Messer nochmal rein. Oder auch nicht. Nein! Hätte ja klappen können, dass du das auf die Schnelle noch machen kannst. Ähm... Aber jetzt kommst du da durch mit dem. Das ging nur auf dem oberen. Die Frage ist nur, müssen wir das jetzt überhaupt noch machen? Wegen dem Verb... Ne, wegen dem Verbinden würdest du das machen, oder? Nein, wir müssen noch hoch irgendwie. Ach so, rechts ist offen. Ah, ja, ja. Okay. Dann kannst du... Oh. Ja. So, hatte ich gedacht. Aber... Ähm, hoch. Das Problem ist... Aber das Problem ist, das bleibt ja nicht oben. Warte... Kommst du da hin? Oder bist du es zu weit hier? Warte, jetzt mal mal hoch. Also ich wär... Da und du auch. Nein, ich komm da nicht hoch. Oder? Warum nicht? Ah, jetzt. Alter! Oh, ich hab da abgeschossen, aber ich bin verreckt. Ich hab dich mit dem Schilde schlagen, es tut mir leid. Oh, ich hab dich... Ach so, das reflektiert gar nicht. Oh, was geht mit dem? Nein, das reflektiert nicht, aber... Hallo, hier. Hallo. Ey, willst du mich wahr... Was ist das für ein Kerl, dass der nicht dahin geht, wo der hin soll? Oh, gute Idee. Die Stadt wird völlig schutzlos sein, sobald die Blechbüchsen weg sind. Oh, müssen wir... Bringt uns das irgendwas hier? Kannst du die hier rausziehen? Die? Ja. Geh mal hier hoch. Nee, aber ich kann sie beide... Ach so! Warte mal. Ah. Hä? Was ist jetzt los? Warum geht das jetzt hoch? Das soll ja hoch. Nein! Was jetzt? Ja, aber warum geht's wieder runter? Hä? Ich hab nix gemacht. Hä? Warte mal. Guck oben, dass du... Ich weiß nicht mehr genau was du da machen musst. Geh schon mal drauf! Geh drauf! Ich schlag dich... Doch nicht da! Wo denn? Ja, auf mich! Warum steh ich hier wohl die ganze Zeit? Und dann glaube ich es kein Speicherpunkt! Der geht doch nur sehr langsam! Na! Jetzt schnell! 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 Jetzt komme ich nämlich gar nicht mehr hoch. Wieso? Der Faschow geht doch hoch. Oh, fuck. Ich gehe wieder weg. Ich will da nicht hin. Viel Spaß mit dem. Komm da hin. Ist weg. Ja, hättest du mich mal auf den wechseln lassen können, könnte ich da auch hoch. Also, ich rette dir das Leben, indem ich jetzt hier runtergehe. Äh, hochgehe. Und dann kommt hier so ein dummer Spur. Hättest du mich mal da hingehen lassen können? Bla, 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 bla. Hallo? Hä? Wieso geht das nicht? Wie soll ich jetzt da rüberkommen? Ich zeig's dir. Hier, nimm den. Nein! Juppie! Ja, geht doch. Komm mich, Katze. Alter! Oh! Himmel, was war das? Ich hab Angst. Nimm den alten. Nimm den alten. Ein Speicherpunkt. Du musst das enteisen, denke ich mal, oder? Musst du die, warte mal, musst du die erst hoch? Genau. Das Problem ist, wenn du da nochmal drauf... Äh, warte, 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 weiter, weiter, weiter. Ein bisschen runter. 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 Nicht immer höher gehen. Ja, stopp, stopp. Nein, ein bisschen höher. Deswegen sag ich ein bisschen höher. Nein. Nein. Ja, ein bisschen höher, höher, höher. Stopp, jetzt. Probier mal. So, jetzt ist das frei. Was bringt uns das jetzt, dass das frei ist? Guck mal hier durch, ja. Das heißt, ich kann mit dem Ding ja auf jeden Fall arbeiten. Achso. Dann haben wir aber nur das. Ich dachte gerade schon. Da ist er wieder! Neben ihn! Neben, also sie! Oh, scheiße. Ich will keine Ahnung. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Boah. Okay, ich kann es nicht ablenken. Das ist scheiße. Hau ihn. Warum machst du das? Was hast du da? Boah, ich bin noch die ganze Zeit der Dipper gewesen. Wieso war ich jetzt der? Weil du gewechselt hast. Habe ich aber nicht. Warte mal. Du musst meine Feuerfeile irgendwie ablenken. Aber irgendwie... Ja, genau. Den kann man nur mit dem Feuer... Er fließt. Die Monster von heute los. Alter, wir fahren ja auch... Wen kümmert's? Gut für uns. Puh, nach diesem nervenaufreibenden Bosskampf, werden wir erstmal einen kleinen Cut machen, den Speicherpunkt nutzen und nochmal frisch durchatmen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like, wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.